Tja, machen wir mal weiter, ne? Kleine... Ah! Oh Gott, wo sind wir denn hier? Äh, ich kann mich... Ach, hier... Ah, ne, Moment, das war... Das war hier so... Zu komisch. Da war ein Hebel. Ich kann mich... Und, ja... Warum strömt das hier so? Eee! So, jetzt aber. War aber knapp, du. Ich hätte mal woanders speichern sollen und nicht genau an der Stelle. Was ist mit hier los hier? Gut. Zeit für Präzisionssprünge. Wir müssen diesmal ein bisschen besser arbeiten mit unseren Ressourcen, ne? Hier liegt ein Seil. Wo ist das? Ich hör's doch! Aber wo? Ich dachte, da kommt einer von hinten. Oh Gott. Das ist ja ein Kloben. Äh. Äh? Ach so. Ist das neu, dass die auf den Hebel starrt? Warum glänzt sie so? Ich glaub, hier ist mit Rutschen, ne? Halt. Okay. Jetzt irgendwo Feuer. Aha. Aha. Uiuiuiui. Aha. Aha. Müsst du auf unsere Gesundheit ein bisschen Acht geben, ne? Wie kommt der hier hin? Wir müssen auf unsere Gesundheit ein bisschen Acht geben. Wehe, du hast nichts dabei. Er hat nichts dabei. Toll. Was waren wir eigentlich? Ah, eine Wand. Okay. Mhm. Okay. Ah. Oh. Okay. Das war's. Das grillt mich jetzt hier. Das fände ich gar nicht nett. So, jetzt macht der Hebel das wahrscheinlich aus. Ich hoffe, das bleibt doch aus. Aber hier oben geht's auch noch weiter. Achtung. Okay. 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 Ich glaube, der kommt von oben. Oh, dieses Herzklappern da. Okay, hier nicht. Der ist runtergekommen, kann das sein? So was von runtergekommen ist der. Oh, das juckt die Nase in der letzten Zeit. Was batte denn da schon wieder? Ich kann die doch immer noch nicht einblenden. Ja. Pass auf, guck mal. Für viele ist es nicht möglich, diesen Sprung zu schaffen. Aber mit einem gut sortierten Präzisionssprung gelingt einem das. Und jetzt kommt der nächste Präzisionssprung. Siehste? Nochmal vor vorn. Ah, jetzt habe ich mich ablenken lassen. Ich habe eben jetzt geprüft, ob ich den Link nochmal anklicken sollte, aber es ist ja derselbe. Präzisionssprung. Ja, dachtest du, ne? Präzisionssprung. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Oh. Ich muss linke Maustaste drücken, um mich zu fangen. Wenn es das ist, was du meinst. Das ist ja richtig gruselig hier, die Quartiere. Das ist jetzt das Ding, was wir vorhin gesehen haben. Jetzt noch ein Stück. Okay. Oh, oh, oh. Slippy wäre so ein Puzzle hier, was wir machen. Toll. Aha. Aha. Das war jetzt alles nur deswegen? Oh, come on. Hier war doch noch ein Hebel hier rum. Vielleicht war ich jetzt einfach nur verkehrt gelaufen. Da oben. Könnte ich nicht schaffen. Oder? Schwierig. Wir probieren's. Präzisionssprung. Nee, geht nicht. Wie kommen wir denn da hin? Wenn der Klob mir ein bisschen weiter oben wäre. Ich kenn den Link langsam. Ähm. Ähm. Habe ich vielleicht irgendwas übersehen? Wir machen mal die andere Grafik-Ingenieur an, Nina. So, hier sind wir angekommen. So, wir haben jetzt ja hier einen Weg aufgemacht. Hier gibt es keinen weiteren Weg, ne? Aua. Vielleicht habe ich auch irgendwo einen Hebel übersehen. Achso, ja. Nee. Hä? Nee, sind wir runter ganz normal, ne? Ja, ja, ja. Alles gut. Passt. So, hier waren die Dinger am Rollen. Die Tür haben wir noch nicht aufgekriegt. Die Sachen jetzt... Da oben kommen wir noch nicht hin. Und da kommen wir wahrscheinlich erst hin. Das ist ein normaler Hebel nach unten, wenn hier alles unter Wasser steht. Wollen wir wetten, dass das hier irgendwann unter Wasser steht? Beziehungsweise in Sicherheit steht das hier irgendwann unter Wasser. So, hier ist nichts weiter. Und der Hebel macht wahrscheinlich dann die Tür hier auf. So. Mehr gibt es ja hier hinten auch nicht. Wollen wir einfach mal gucken, ob wir hier irgendwie eine andere Textur sehen. Das war jetzt sicher nur ein Secret. Ich hatte gedacht, dass das hier... ... woanders lang geht. Das war jetzt nicht. Da kommt jedenfalls nichts Neues. Ein Tor ist hier auch nicht. Ich gucke aber Sicherheitshalber nochmal. Ne. Da auch nicht. Sieht alles irgendwie normal aus. Aber war ein bisschen Licht. Bin ich jetzt rückwärts gelaufen? Das hilft uns nichts, ne? Vielleicht müssen wir ja jetzt springen hier. Nee. Nee. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Irgendwas übersehe ich ja hier Keine Ahnung Ja, den habe ich direkt übersehen Der ist ja gar nicht drin So, kratsch So, kratsch Ich habe leider keine Ahnung Also, falls jemand irgendwie einen Plan hat Hier ist nichts Hier ist nichts Wobei die Dinger Ne, sind sie nicht So, kratsch So, kratsch So, das können wir theoretisch verschieben Praktisch bringt es uns aber gar keine Vorteile Nicht mal ansatzweise Das waren nur, um die Munition hier zu bekommen Verstehe ich nicht Oder? Ne, das ist auch nicht verschiebbar Hä? 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 So, kratsch So, kratsch So, kratsch Danke So, kratsch So, kratsch So, kratsch So, kratsch Können wir warte mal, wir können aufgrund des Weges zurück da glaube ich jetzt hin da 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 war schon richtig verdammt da 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 gestellt ja da 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 so jetzt mit anlauf präzisionssprung dreiersprung sieh an sieh an wenn man will geht alles so jetzt sind wir nämlich ein stück höher jetzt kommt der sprung überhaupt der lässt jetzt wasser rein wahrscheinlich so das wird jetzt sehr kompliziert deswegen ich muss mich konzentrieren weil ich sehe nichts das aha oh oh das 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 es war klar es war klar dass sie kommen ich sehe nichts die Edmurene alter ups Das war's. Hauptsache, ich hab Fackeln. Gute Nacht. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Es ist hier bloß ein Luftbuka oder was? Oh, ne, ne? Oh, falsche Seite. Ne. Hä? Doch, falsche Seite. Ich habe so gut wie keine Heilung mehr. Das wird sehr spannend. So richtig spannend. Wir haben nichts. Okay. Okay, da komme ich noch nicht hoch. Okay, da komme ich noch nicht weiter. Oh, ich nehme hier eine Helle. Oh, ich nehme hier. Oh, ich sehe. Oh, ich nehme hier. Oh, ich komme doch da gar nicht rüber gesprungen. Oh, ich nehme hier. Oh, ich werde wahrscheinlich da rüber gesprungen. Oh, ich nehme hier. Oh, ich nehme hier. Zeitpuzzle sind doof. Oh, falsche Richtung. Oh, ich nehme hier. Oh, ich nehme hier. Wehe, du hast keine Heilung dabei. Oh, ich nehme hier. Okay. Ich nehme hier. Oh, ich nehme hier. Oh, ich nehme hier. Oh. So, nochmal von vorn. Dann machen wir uns mal hier rüber. Ich bin gespannt, wer alles das Level ohne Zwischenspeicher schafft. Bestimmt ganz viele. Mh! Nichts. Das wird dann haarig. Wir haben nichts mehr. Okay, hier kommen wir nicht wieder hoch. Ich gucke erst mal auf die andere Seite. Das ist ein Secret. Okay. Oh, ich dachte, man könnte sich abseilen. Na gut. Lass mal das. Ich muss es nicht jagen. Oh, ich muss es nicht jagen. Oh, ich muss es nicht jagen. Oh, ich muss es nicht jagen. Zumal, guck mal, hier ist, glaube ich, eine klapprige Bodenplatte. Hu. Alter. Ich habe bloß noch so wenig, nicht so viel Leben. Das ist wahrscheinlich nur für das Secret, oder? Ja. Oh, aber wenigstens das. Oh, holl. Was kann ich hier sein? Was kann ich hier sein? Okay, das funktioniert nicht. Was kann ich hier sein? 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 Hm, vielleicht dann doch da lang? Ja, ich auch bald. So, schlaf gut. Wie gesagt, ich bin auch bald. Ich hätte gesagt, man kann hier irgendwie sich da festkrallen, aber... Alternative? Kamera und so, ne? Das war schon immer, das war schon immer Teufelswerk. Hm, ich könnte leider auch nicht... da rauf... Da rauf... Ah, das könnte klappen, das könnte klappen. Moment. Oh, Moment. Oh, mach doch einfach eine Rückwärtsrolle. Oder eine Frühlingsrolle. Oder eine Frühlingsrolle. Oder eine Frühlingsrolle. So, jetzt bin ich hier... So, jetzt bin ich nochmal gespannt. Warte mal. Positionieren. So, jetzt bin ich hier... Ich bin 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 hier... Oh Leute. Warum haben die nur... Hey... Jetzt werden wir mal sterben. Warte mal. Ich lad mal nochmal. Und dann vielleicht... Kann man machen. Warum habe ich die... Ich speichere bei jedem kleinsten Schritt. Aber hier nicht. Ja, jetzt aber. Und... Und... Genau so muss das. Ah, dass sie nichts fallen lassen. Das ist so doof. Und... Das sieht mir doch danach aus, dass jetzt hier... Eine Überzahl von Leuten rumhängt. Eine Überzahl von einen Leuten. Hier geht's runter. Ist ja nirgends wo ein Madpack oder so. Der hat wahrscheinlich nichts fallen lassen. Ohhhh... Und fast tot. Und fast tot. Nichts. Nichts. Nada. Das ist jetzt nicht dein Ernst oder was? Ah, okay. Gut. Blass. So. Wir machen jetzt hier einen Speicher... Es reicht doch für heute. Sonst frustriere ich mich so dolle. Ähm... Wir müssen mal gucken. Also das mit dem... Mit den Badpacks, das... Äh... Finde ich nicht so gut. Aber naja. Ähm... Werden wir auch irgendwie gelöst kriegen. Vielen... Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Gucken wir mal. Bei... Was für einem schönen Spiel wir uns dann morgen dann hier zusammen tummeln und zusammen filmen werden. Äh... Es kann natürlich sein, dass das Metro ist, ne? Last Light. Oder... Irgendwas anderes. Vielleicht kann ich das auch noch verschieben. Aber das probiere ich noch. Ne. Ähm... Verschieben. Wenn ich den verschieben kann... Wiegt der mir hier irgendwo was? Ne. Ich sehe jetzt nichts, das irgendwo... Ne. Vielleicht macht der ja irgendwas zu. Oder auch nicht. Ich... Nun gut. Speichern. Ne. Bei 5. Genau. Schlaf gut. Träumferschönes. Und bis morgen Abend. Euer Feierfox.